8. Mai 1945 Im Gegenwart von obersten Vertretern der Roten Armee und der alliierten Streitkräfte unterschrieben Vertreter des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation des faschistischen Deutschlands. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einmal war der Krieg vorbei und die Entwarnung kam Da stieg man aus den Kellern auf und fing von vorne an Nie mehr, nie mehr, nie mehr so ein Wahnsinn Geschlagen die Unmenschlichkeit und nur der Fabrikant Der blieb, weil er von Politik angeblich nicht verstand Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nein so ein Wahnsinn Nie mehr, nie mehr ein Krieg Er will nur Geld verdienen, Monopoly Mit Bobben und mit Minen, Monopoly Mit Panzern und Raketen, Monopoly Mit Mistauern und mit Töten, Monopoly Mit Mäublein und mit Mäublein und mit Mäublein Mit Bomben und mit Minen, Monopoli. Mit Panzern und Raketen, Monopoli. Mit Misstrauen und mit Töten, Monopoli. Und wenn auch alles niedergeht, der Fasenfabrikant. Macht seinen Schnitt, ihm geht es gut, wo man ihn ließ im Land. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nein, so ein Versehen. Nie mehr, nie mehr ein Krieg. Er will nur Geld verdienen, Monopoli. Mit Bomben und mit Minen, Monopoli. Mit Panzern und Raketen, Monopoli. Mit Misstrauen und mit Töten, Monopoli. Viel Dank! Wie schade, wie schade, oh weh.